Für den Schlussmann der Krödiger, Ex-Altacher Kevin Feind. Wir springen zur 27. Spielminute, Mario Leitgeb zu Leo, der sieht rechts Simon Handle freistehen, eine Maßflanke und Leo mit dem Kopf zum 1 zu 0. Die Erleichterung ist Adi Hütter anzusehen. Zu Hause war die Hütter-Truppe immerhin bereits 308 Minuten ohne Torerfolg geblieben. Für Leo war es sein drittes Saisontor. In der ersten Halbzeit passierte dann nichts mehr und so ging es mit dem 1 zu 0 für Krödik und einem schönen Sonnenuntergang in die Kabinen.